Hallo zusammen, hier ist wieder Divi. Wir machen jetzt weiter mit Far Cry 4. Ich habe einen Senderwechsel, lass ich auch ein Bild haben. Lichfolk sehen wir... ...pagaminz, oder wie er heisst... ...getroffen durch eine Zigeuner. Wir haben hier den Sabri getroffen, also Sabri ist hier oben so am Hängen. Jetzt gehen wir mal zum Sabri. Das ist leider nicht so wie geschafft, aber das stört mich. Das muss ich dann mal, wenn ich nicht aufnehme, schnell abchecken. Ich bin so langsam, wenn ich ziele. Who the fuck is that? Hey, gib mir den Moni. AJ, du hast es geschafft. Sehr gut, Sohn des Moa. Warum hilft ihr mir eigentlich? Du bist der Sohn von Moa, Jay. Grenade. Ja. Vor allem für den goldenen Karten. Jetzt muss ich weiter erzählen. Wenn du die Soldaten noch nach mir suchen, Faganin wird alles dran setzen, dich zu kriegen. Verdammt. Ein paar von Faganin's Bännern haben uns aufgesprungen. Sie werden jeden Moment hier sein. Es wird einer kamen. So. 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 So, wie im Schneeanzug, diese Typen, ey. Ich kann wieder sagen. Kann. Da habe ich auch... AHAHAHAHAHAHAHAHAHA Hat der einen Abflug gemacht? Ah, hättest du Krieger! Oh Kollege, zeig mir dein Kopf. Die Steuerung ist... Das war eine Granate für mich. Ich fahr pissen, mein Schöner. Zuerst mal ein bisschen Morphium. Hier hatte es noch mal eine Weste. Warum nehmen wir noch mal ein bisschen Muni mit? Ich kriege den echt nicht weg von diesem Ohrenflätzchen. Werfen wir eine Granate. Tipptopp mache ich auch. Ey, die Steuerung! Das Auto heim! Ah, ich bleibe lieber hinter der Mauer. Das Auto heim mache ich noch ziemlich Strich durch die Rechnung. Habt ihr alles gesehen? Ey, pfeffig die Scheisse, Mann! Lass mich schnell rein! Ich brauche noch mal Muni. Lass mich da oben! Ja. Lass mich da oben! Du bist nicht leicht zu töten, Bruder! Du bist nicht leicht zu töten, Bruder! Das ist doch gut so, oder? Drei mal, oder? Ja, Bruder! Ja, Bruder! Ja, Bruder! So zu sagen, wir haben das Tutorial gerichtet. Die Steuerung geht mir jetzt schon hart auf den Sack. Ich habe in letzter Zeit nur Destiny gespielt und dort habe ich auch... ...die Steuerung genauso anpassen wie es anweilen und das Auto ist bei Destiny nicht so hart. Es ist zwar auch hart, aber nicht so hart wie bei Far Cry, das muss ich eigentlich mal sagen. Wie hast du mich gefunden? Wir haben ein paar ganz Heli gesehen. Kommt du so weit in den Süden? Ich wollte wissen warum. Du hattest Glück, dass wir in der Nähe waren, als Darpans Textnachricht kam. Tja, wir sind da. Wo? Willkommen in Banapur. Wie was? Heimat des goldenen Pfads. Wer ist das? Wo ist Darpan? Er hat es nicht geschafft. Es ist AJ Gale. Mohans Sohn. Damit wir uns verstehen. Darpan ist tot? Und du bringst mir den hier? Hey, ich habe nichts mit der Sache zu tun, okay? Ich suche nur nach Lakshmana. Wir stecken mitten in einem scheiß Krieg. Wir haben keine Zeit für Touristen. Was bin ich in Turi? Was hätte ich denn tun sollen? Ihn da lassen? Verzeih, Bruder. Ramita ist etwas empfindlich. Ich rede mit ihr. Aber Lakshmana... Das klingt als wäre es ein Tempel oder Schrein. Wenn das so ist, ist es im Norden. Der Norden ist fein Territorium. Da kommen wir nicht hin, noch nicht. Du kommst den Kopf frei. Oh nein. Komm zu mir wenn du so weit bist, hm? Es gott die Füße ist hier. Badapor! Ich will nichts mit der Bagger und unseren Soldaten zu tun haben. Ich will einfach nur meine Ruhe. Ist gut. Schöne Bäune hier. Gerade zum Sabal oder... Was ist doch Sabal? Voll gerne Musik. Namaki! Hä? Ähm... Was sollen wir jetzt machen? Habe ich eine Map? Da. Ich bin da. Der Gleiter. Äh... Ab jetzt weiss ich nicht genau was passiert. Können wir mit der reden? Ich bin Didi. Du. Ich habe da etwas überreagiert. Es ist Krieg. Ständig verlieren wir Männer. Die Arbeit wird nicht weniger. Und du hast deine Tag. Ich bin kein Soldat. Ich möchte dir helfen. Was macht die andere auf dem Mausen? Ich bin kein Soldat. Da ist eine Farm nicht weit von hier. Kanan führt sie. Aber sie ist alt. Und bräuchte deine Hilfe mit ein paar wildtieren. Ihre Fälle müssen unversehrt bleiben. Also nimm das. Badra. Was machst du... Hib ihn auf. Versuch's nochmal. Gib mir den Scheit. Der Wolfsbau. Drief Ganon. Eine Fettante Tasten. So. Wir nehmen... Nein, wir nehmen kein Kleider. Wer hat da gestimmt. Wir nehmen ein Quad. Fahrzeugsteuerung. Oh nein! Nein, das geht schon gar nicht! Ah! Ja, komm jetzt! Fahrhilfe, fahr selber! Ja, aber mit ein wenig Gutes! Ich steuere jetzt! Ja, ich steuere. Nein! Sorry, das muss ich schnell ändern! Das kann es nicht sein! Das mache ich jetzt schon ganz... Ja, klassisch! Ah, schon einiges besser! Ich kann es nicht haben, wenn ich den Stick nach vorne drücken muss. Oh man! Wow! Die Fahrzeugsteuerung ist nicht so geil! Warte schon, jetzt muss ich mal schauen! Was ist jetzt das Auto? Ah, Fahrhilfe an! Was ist das Auto? Was ist das Auto? Was ist das Auto? Was ist das Auto? Ja, die Auto ist ja so geil! Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Wölfe sind ein bekanntes Übel auf Kanans Hof. Sie hat eine Menge getötet, aber dieses Jahr sind sie besonders aggressiv. Und ich sorge mich um sie. Hey, ich hasse Sachen lesen. Ich glaube, dass Kanan Dinge auf ihr... Also wenn ihr es nicht lesen könnt, könnt ihr es selber lesen. So ein kleines Infos bin ich nie so richtig der Fans. Und LJ, heute deine Abschüsse. Fälle können wir immer brauchen. Okay. Ah. Durch die Scheine. Sneaky. Sneaky. Okay. Click. Du bist tot, Kollege. Aber es ist so ein Tibet... Ja, Tibet-Wolfs. Ah, Tibet-Dop. Das sind die ähm... Einer. Das ist ein Toad. Zwei. Voll Textmusik. Das ist eine Vogel gewesen und ich habe schon Schiss bekommen. Okay. Geben wir mal nicht. Seid ihr jetzt One Shot gewesen oder habe ich echt so verdammt? Ich habe es in der Höhe hergeschild. Ich nehme die höhere Position ein. Und von oben ist immer einfacher die Sachen zu treffen. Und da war es sowieso noch Schatz gewesen. Und da war es sowieso noch Schatz gewesen. Und die Tasche ist fast voll. Eine Grenade und 3000... Euro. Schau. Jojo. Versteckt euch noch mehr. Wie kann das eigentlich sein, dass ich so scheisse bin mit dem Teil? Ist der Typ jetzt hinter einem Stein oder nicht? Ich habe es nie herausgefunden. Kollege, bleib hier! Das ist doch bei Internet! Wie kommt der Punkt? Wie kommt der Punkt? Wo ist jetzt? Der Punkt. Vielen Dank. Schauen Sie mal genau. Der Non-Scope ist besser, glaub's. Willst du völlig forschen? Wie schiesst man denn mit dem Teil? Lass mich lauten. Zerstören deinen Wolfsbau. Einen Moment, please. Und wie? Und wie? Wow, wow, wow. Headshot, bitch. So normal, so ein Kollege da rein. Nein. Was hast du? Das ist ein Schnaps. Schnaps kann ich immer gerne. Dann war der Molotow. Ja, das war ja. H.T. Waffenrat. Jetzt nicht chillen, Didi. Ich würde sagen, das haben wir professionell gelöst. Boi die Tasche voll. Ja gut, dann äh... Herstellung. Ja. Das Waffengurt. Ähm... Ja, scheiss auf euch. Ich brauche euch jetzt gerade nicht mehr. really, ja. Ja, das ist ein Schuss. Ja, ich finde es ja. Ja, ich finde es so gut. Ja, ich bin 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 so gut. Verdammt! Hey Wolf, tut das schließe, wenn ich... Oh, ist nicht da, ist es gerade. Weil ich habe nur noch einen Bogen. Ich weiss was. Lick, komm, komm. Ah, beide Taschen sind fast voll. Voll. Jetzt laufen wir auch zurück. Also der Bogen ist kein Scheisse. Ich checke nicht wie das Visier funktioniert und die Ziele vorrichtig. Es muss der Scheisse in der Mitte sein, ob es unten sein, ob es oben sein. Ich weiss mal, bevor ich hatte, hat der Blood Dragon gewiss, wie der Bogen funktioniert. Da bin ich fast mit dem Bogen herumgesicklet. Weil der Bogen der Erde shit gewesen ist. Der braucht schon wieder besuchen. Hey! Wie war das, Tanker? Ähm... Das hier handelt vom Dämon Yalung. Hier geht es um die Göttin Pyra. Und das hier... Handelt von Badra. Der nächsten Tarun Matara. Tarun Matara ist eine lebende Göttin, die behauptet Sabbat. Das ist kein Leben für ein Kind. Als Objekt behandelt zu werden. Als Ding. Danke für die Hilfe. Später zeigen wir dir, wie man sie verwendet. Ein P. Ein P. Ein P. Ich muss euch jetzt keine Bilder. Vision Branded. Ist das so? Das ist so gut, auf jeden Fall noch. Äh nein, ich lesen. Äh... So. Captain Didi. Musik nicht mehr. Garte. Reise zu Eckpunkten. In dieser Zeit kann ich mir schon eine Zige machen. Ok. In der Richtung der Royal Army zum Ausdruck bringen. Kommen Sie und teilen Sie Ihre Gedanken noch heute. Brunten Sie eine saubere Wäsche, falls ein Aufenthalt über Nacht nötig sein sollte. Mit der Pader nimmt die Licht. Sie alle erleuchten. Oh, Kollege! Ich fahre selber. Ich fahre, bevor ich einen nachgefahren. Ich fahre. Harte Schritt. Sorry, es wird natürlich ein Zugerechner. Oh, nee! Scheiße, Mann. Fahrt, weil du anscheinend vor dem Wind sagst. Weil ausweichen kann eisegelt ins Auto hinein. Die Wände angefahren werden. Aber was ich jetzt suche, ist in diesem Ort zum Verticken. Und Sachen kaufen können. Kollege. So darf ich natürlich wieder nichts schütten. Auch hier zum... ...interagieren. Gib ihm jetzt das Morphium! Und schalt das scheiss Stadio ab! Was ist mit ihm passiert? Er fiel. Pagan überflutet die Äther und wir müssen uns seinen Dränger anhören. Genug ist genug! Ich habe ihn auf den alten Glockenturm geschickt, um die Sender zu übernehmen. Um die Übertragung so zu stören. Leider. Das wäre großartig. Es gibt keine Wachstum. Wir machen aber der Aufstieg ist schwer. Versch mich, dass du nicht weißt. Okay. Das war's. Kein Problem, Kollege. Ich will jetzt mit dem Schippen ticken. Aber jetzt eine rote Tür. Jetzt rein ist etwas. Nimm mich da mal rein. Das sieht schon mal gut aus. Verkaufen, umkaufen! A300, AKM, SVD! PKM, RPG! Jens Stöss! Verkaufen. Ah, schnell verkaufen. Mams und Tits. Ein Phon behalten. Ja, okay. Ähm. Kaufen. Ich möchte... Pkm. Ähm. Kein Aufsetz, Kein Aufsetz, Kein Aufsetz, Kein Aufsetz. Wenn es Kein Aufsetz hat, ist es immer scheisse. Einzigartiges. Was? Wenn wir das da... Der Predator sieht böse aus. Der sieht noch böse aus! Gibt alles böse aus? Ähm. Waffen... Okay, der würde mir Schaden machen. Und da kann ich Visier drauf tun. Das ist schon mal geil. Diese? Weisse. So. Scharschütze. Die Farbe? Nein. Violett. Ja. Vorger... Ja. Oder... Wir nehmen... Weiss. Sieht echt stylisch aus. So. Dann bräuchten wir noch... Einen Pistoliero. Aber Willi. Einen, der recht reinfeizt. So etwas da. Ähm. Skorpion, der nicht vor verdogen ist, war übel scheisse. Einen, der die Kritik genannt hat. Hm. Der wäre auch noch easy. Aber ich nehme... Glaub's. Der ist... In... Gesperrt. FACK THE WORLD! Dann pack dich ein. Fick den Revolver. So. Ähm. Munition bräuchten wir halt noch. Gut, die Folge wäre fertig. Dann... Äh... Haben wir wieder mal nicht viel gerichtet. Keine Ahnung. Wieso? Aber wir können nicht füurschen. Es ist jetzt... So viel. Ähm. Und... Auf jeden Fall. Merci, dass ihr zugeschaut habt. Hoffen Schatten hat es nächstes Mal wieder ein. Man wünscht. Wie geht es denn? Wie geht es denn? In der Fall. Wie geht es denn?